Ich weiß noch ganz genau, ich war 13 Jahre alt und bin zum Konfirmandenunterricht gegangen. Und für mich hieß es damals, jeden Sonntag oder so gut wie jeden Sonntag in die Kirche. Und bei uns gab es immer das Heilige Abendmahl. Und wenn wir dann am Ende so in der Runde zusammen waren, dann hat der Pastor uns noch ein Sendungswort aus der Bibel mitgegeben. Und eins hat er ganz oft benutzt und es hat sich dadurch bei mir fest eingebrannt und ist inzwischen eines meiner Lieblingsversprechen aus der Bibel. Aus Jesaja 54. Ich lese es euch einmal vor im Zusammenhang. Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zirn und dich nicht mehr schelten will, Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich finde das so wunderbar, oder? Ich meine, das ist doch ein Versprechen, über das man sich nur freuen kann. Dass Gott sagt, so ewig wie Berge stehen, so stabil ist auch meine Gnade über deinem Leben. Ein Berg ist unveränderlich und meine Gnade ist unveränderlich. Und nun kann man ja ein bisschen unterschiedlicher Auffassung darüber sein, Was eigentlich ein Berg ist und was nicht. Zumindest habe ich das so im Kontakt mit Süddeutschen erleben müssen, Die mich immer leicht irritiert angucken, wenn ich so als Hamburger von Bergen rede. Und vielleicht würdest du das auch tun. Wir haben ja auch Berge in Hamburg, also ganz in der Nähe hier die Harburger Berge. Und wenn ich da mit dem Fahrrad hoch muss, da komme ich schon leicht ins Schwitzen. Und vermutlich, wenn du irgendwie aus dem Süden kommst, lächelst du nur darüber, Weil du weißt, was ein Berg ist. Und ich weiß auch noch, ich war schon relativ alt im Leben, Als ich das erste Mal die Alpen gesehen habe. Und dachte, ey, das ist mal ein Panorama. Und wenn man sich vorstellt, wie lange das dauert, da einen Tunnel durchzubauen, Durch einen Berg. Was für ein Aufwand. Und wenn man weiß, so einen Berg kriegst du eben nicht aus dem Weg. Der steht da unveränderlich. Und so unveränderlich, wie Berge stehen, so unveränderlich steht Gottes Gnade über deinem Leben. Egal, was kommt. Egal, was passiert. Egal, wie groß der Haufen von Mist auch ist, den du in deinem Leben angehäuft hast. Egal, wie weit du von ihm weggelaufen bist. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Barmer. Und das erinnert mich so ein bisschen an Jesus, der selber mal was ähnliches gesagt hat. Vielleicht kennt ihr das. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So zuverlässig, wie jeden Morgen die Sonne aufgeht. So zuverlässig ist das Wort von Jesus. So zuverlässig scheint seine Gnade über deinem Leben. Und ich stelle mir das so vor, dass für Israel das ganz greifbar war, diese Zusage Gottes, weil man in Israel ja selber ein Gebirge vor Augen hatte, das jüdische Gebirge. Und in diesem Gebirge stand eine Stadt, Jerusalem, die Stadt Gottes. Und in Jerusalem wiederum stand ein Berg, Zion, der Tempelberg, wo der Tempel Gottes steht. Also der Ort, wo ein Versprechen Gottes drauf lag, wo Gott gesagt hatte, wenn du mich suchst, da in dem Tempel findest du mich, da werde ich dir begegnen. Dass man Gott in diesem Tempel begegnet, das war für Israel eine Gewissheit. Und diese Gewissheit stand für Israel so fest, wie Berge stehen. Aber was Israel damals noch nicht ahnte, war, dass dieser Berg einmal einstürzen würde. Denn Jesaja schaut mit seiner Prophezeiung in die Zukunft. Und er sieht darin eine Zukunft, wo eine große Katastrophe passieren würde. Im Jahr 587 vor Christus würde der babylonische König Nebukadnezar die Stadt Jerusalem belagern, erobern, zerstören. Und was das Schlimmste von allem war, dieser Tempel Gottes würde dem Erdboden gleichgemacht werden. Und viele Menschen wurden verschleppt ins Exil nach Babylon. In diesem Jahr musste Israel erleben, dass Berge weichen und Hügel hinfallen. Und nun ist das, ich gebe es zu, zweieinhalbtausend Jahre her, aber vielleicht kennst du diese Erfahrung. Dass du in deinem Leben Dinge hast, wo du dachtest, ey, das ist eine Gewissheit, das steht fest wie ein Berg. Und auf einmal erlebst du das im Leben, Berge weichen und Hügel hinfallen. Vielleicht hast du einen tollen Beruf, einen wunderbaren Arbeitsplatz seit 25 Jahren und dann kommt dieses Schreiben. Wir müssen betriebsbedingt Stellen streichen. Und dann erlebt man das Hügelweichen. Oder es gibt einen Menschen, der dir einfach sehr am Herzen liegt. Und nun ist der Mensch nicht mehr so in deinem Leben da. Ja, vielleicht, wenn du eher jünger bist und es erleben musst, dass Mama und Papa nicht mehr bei dir zu Hause sind. Oder du bist schon etwas älter, Mitte 50, und hast auch als erwachsene Frau immer noch ganz oft deine eigene Mutter angerufen und um Rat und Ratschlag gefragt. Und jetzt auf einmal kannst du das nicht mehr, weil sie nicht mehr da ist. Berge weichen und Hügel fallen hin. Und dann sagt Gott, egal was in deinem Leben gerade auseinanderbricht, egal was in deinem Leben gerade einstürzt, diese eine Sache steht fest. Ich weiche nicht von deiner Seite. Meine Gnade bleibt bei dir. Wobei man ja fragen kann, ob das so einfach ist. Also erlebst du das so? Erlebst du das immer so, dass Gott in jedem Augenblick an deiner Seite ist? Weil Gott hier ja bei Jesaja noch etwas anderes sagt. Er sagt, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Und ich finde, das klingt ja auf den ersten Blick so ganz harmlos, einen kleinen Augenblick. Also das klingt ja irgendwie, als ob Gott sagen würde, ja, ich bin mal kurz weg, ich bin kurz draußen, bringe den Müll raus, bin gleich wieder da. Aber dieser kleine Augenblick Abwesenheit, das waren für Israel 70 Jahre. 70 Jahre Exil. Und jetzt könnte ich schlaumeierisch sagen, na gut, in der Bibel steht ja auch, dass für Gott 1000 Jahre nur ein Tag sind. Also irgendwie passt das. Aber wenn Gott eine gefühlte Ewigkeit weg ist, dann ist das nur ein schwacher Trost. Wenn ich das Gefühl habe, dass Gott mich verlassen hat, dass er seine Umzugskartons gepackt hat und mir den Haustürschlüssel zurückgibt und sagt, tschüss. Wenn er sein Angesicht im Zorn verbirgt. Und dieser Zorn Gottes, von dem hier die Rede ist, das ist kein Wutausbruch. Das ist kein Tobsuchtsanfall. Also, dass Gott völlig ausflippen würde. Es ist fast das Gegenteil. Gott fängt an zu schweigen. Er verbirgt sein Angesicht. Hier ist sein Zorn kein Wutausbruch, sondern ein Kontaktabbruch. C.S. Lewis hat mal ein Buch geschrieben, was ich sehr stark finde, die große Scheidung. Und darin heißt es sinngemäß, dass es am Ende immer nur zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die anderen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Wo Gott sagt, okay, wenn du dein ganzes Leben lang nichts mit mir zu tun haben wolltest, ja, dann sei es so. Dann geh deinen eigenen Weg. Und er verbirgt sein Angesicht. Und das hatte Israel erleben müssen. Das Volk hatte nicht auf Gott gehört. Und dann hat Gott gesagt, dann sei es so. Und sein Angesicht abgewandt. Und mitten in all dem hat Israel dennoch, und das finde ich so erstaunlich, die Hoffnung behalten. Die Hoffnung, dass Gott weiterhin an seinem Volk festhalten würde. Wie geht das? Ich glaube, das liegt an dem, was kurz vor diesem genialen Versprechen aus Jesaja 54 steht in der Bibel. Weil dieses Versprechen aus Jesaja 54 hat eine Grundlage. Und ich glaube, man muss diese Grundlage kennen, damit das Versprechen auch wirklich zur Geltung kommt und grundiert ist, ein Fundament hat. Denn kurz vorher steht das sogenannte vierte Gottesknechtslied in der Bibel. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, ist aber wunderbar. Denn dieses Lied ist die Mitte der hebräischen Bibel. Ganz berühmt. Und wir lesen es sehr oft am Karfreitag vor. Ich lese mal einen kleinen Ausschnitt daraus vor. Für wahr ertrug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen war, geschlagen und gematert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Hier geht es um Jesus. Denn auch Jesus hatte einen Berg vor Augen. Es war der Hügel Golgatha, den Jesus vor Augen hatte. Und er hat alle deine Sünde, alles, was dich von Gott trennt, auf diesen Berg hochgetragen. und ist auf diesem Hügel dein Tod gestorben. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Du hast Frieden mit Gott. Denn auf diesem Hügel vor Jerusalem ist das Unvorstellbare passiert. Das, wovon Jesaja schreibt, ein Augenblick von Gott verlassen sein, das erlebt Jesus in dem Moment. Jesus ist diesen kurzen Augenblick von Gott verlassen. Er ruft das am Kreuz. Er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stellt eine Frage und er bekommt keine Antwort. Der Himmel schweigt. Das Unvorstellbare. Gott ist von Gott verlassen. Weil Jesus in diesem Moment an deine Stelle getreten ist. Damit du, egal was in deinem Leben gerade einstürzt, egal welcher Berg gerade weicht in deinem Leben, damit du eine Sache weißt, du bist nicht von Gott verlassen. Für dich gilt etwas anderes. Gott verbirgt sein Angesicht nicht vor dir. Er sagt etwas anderes zu dir. Er sagt es in jedem Gottesdienst, am Ende eines jeden Gottesdienstes. Der segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Amen.